Mit seiner Bereitschaft die Bälle zu erobern ist unfassbar. Er ist eine Pressingmaschine, wie man sie in der deutschen Bundesliga oder international selten sieht. Er verkörpert alles, was ein moderner Fußballer haben muss. Diese Aggressivität, Tempo, Dynamik und auch sehr gute Technik. Ein Wunschspiel eigentlich für jeden Trainer, wenn man jetzt rein das Fußballlöche betrachtet.